Ciao zusammen, ich bin Luke. Genau vor einem Jahr seit dem Abtournee auch hier oben gestanden, haben die Vision von einer modernen, coolen, schnellen Cross Country Strecke. Wir von Bass Trails haben mit Flückiger Brothers dieses Trail Design von dieser Strecke auszuschaffen, haben in einer kürzlichen Zeit die Baubilligung eingehalten und haben die lokal unternehmende Strecke auch umsetzen. Wir nehmen euch jetzt mit auf eine erste coole Fahrt. Soll es sich so spätig ist, das ist richtig. Soll es das chistige, jetzt geht's von der Top-Beatungsbeamung, Soll es sich darüber an, wenn man sich einen Barsch damit befindet, zu dem Barsch mit einem Boden in Fn und dann Soll es sich da ein bisschen, um- und lege ein bisschen, dann wirklich ein bisschen. Soll es sich das auch mit einem Diem Autorlustrade dann ziehen wir uns das noch hinten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.